ja meine freunde dead by daylight bei euer malta und ja es hat auf mich getroffen wie ihr schon im titel geht und zwar jetzt schreibe ich das nur ich nehme es gleichzeitig und ja es ist soweit wir haben auch den bug erfahren nur komischerweise konnte ich nichts anklicken bei dem bug es ist einfach passiert was ich heute angemacht habe und ja wenn wir jetzt schön auf spiel als überlebender gehen geht es schon direkt wir sind rang 15 in der nähe carlson auf rang 1 und das alles auf rang 1 ich war natürlich so naiv und habe gedacht ey das macht doch gar nichts ist doch nicht so schlimm beziehungsweise ey diese Gefahr gibt es diese Gefahr gibt es nicht ich war so naiv und habe gedacht ja brauchst du kein backup machen interessiert ja eh keinen und ja jetzt ist es halt soweit dass ich halt dann den fehler bereuen werde und jetzt hier wieder von vorn anfangen darf e mail mit support anfrage etc ist natürlich schon raus gucken wie viele blutpunkte wieder bekommen dann werde ich auch mal richtig leveln so wie es sich eigentlich gehört und nicht so sinnlos blutpunkte verballern wie ich es vorhin gedacht habe die ersten 100 stunden die ich gespielt habe und ja dasselbe gilt natürlich auch für die killer alles auf eins das ist halt jetzt die frage wie sehr wir jetzt damit umgehen wollen aber ich denke mal wir machen heute einfach mal wieder so eine start session wie man als beginnner dead by daylight spink ist ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich weil was soll passieren ne wir fangen einfach von vorne an und gut ist also seitdem aktuell mit dabei auf den streams wird es erstmal so ein road tour wie fang ich als trailer dann und ja das machen wir denn heute also wenn das video online ist guckt einfach vorbei ich bin gerade live ich denke mal wieder zu sehen ich denke mal wieder zu sehen ich denke mal wieder zu sehen ich denke mal wieder zu sehen